Herzlich Willkommen zum letzten Rennen der Saison 2016, wir sind hier in Abu Dhabi und mit dabei sind Basti und Ilu aus dem Team Williams, Adi und Merlin aus dem Team Ferrari, ich glaube du kannst das vergessen, Mercedes und Christoph fährt Red Bull, das letzte Rennen, es gibt quasi keine Entscheidung mehr außer Platz 4, Platz 3, ja Platz 4, Platz 4, Platz 4, Platz ich habe ein bisschen schon aus meinen Planungen gestrichen, was fährt man denn hier, am besten geradeaus, am besten nach rechts oder, Motorrad, ich mag die Boxen, Basti, was hast du, eins nach rechts, Basti, wir schauen uns nach rechts, ich bin rausgefahren, Basti ist wieder mad wie letztes Mal, weil du, also bei mir lecks, Leute, der Unreizbar, bei dir lecks, immer die Miridenfragen, Herzlich Willkommen, heute auch mal wieder als Stargast dabei, Mr. Unreizbar, hat wieder richtig Spaß heute, wenn ich dich höre, habe ich keinen Spaß, Alter, ohne jetzt habt ihr auch solche Lacks, ne, im TS habe ich solche Lacks, ich glaube, hier wurde gerade frisch gestreut, also, habe ich zumindest so das Gefühl, die Bahn ist so salzig, oh da wieder sind die Streufahrzeuge oben gefahren, oh Andy fällt absolut langsam, absolut langsam, Achtung Rico, ja, ich bremse nicht, der Arsch langsam, sieht immer schick aus wie das, Andy findet es gut mit 120 über der Geraden zu fallen, 130, so viel Zeit muss sein, bissel, Ah doch, ja, stimmt, ah doch, ja, wieso willst du nicht auch noch ein bisschen Abstand zu Andy lassen? Ja, noch weniger Gas kann ich nicht geben, wer hat denn die Lobby gemacht, ey, das geht ja gar nicht, ich habe die Lobby gemacht, tut mir leid, bei mir lecks es nicht, bei mir auch nicht, bei mir lecks es auch nicht, mir lecks es auch nicht, das beste Spiel ist auch noch EU ist halt so er sitzt gerade, okay, Andy fährt wieder, Andy stammt gerade bei mir, das Spiel hat mich irgendwie woanders umgesetzt, nein, bei mir bist du da ausgekommen, wo du bei mir stehen geblieben bist, das heißt, du bist wahrscheinlich zu kurz, kann direkt vorbeifahren, ich habe eine ungewöhnliche Zeit, what the fuck, aber das passiert nicht nochmal, aber du ruckst bei mir so ein bisschen über die Strecke, ohne bei mir, ich habe keine Lecks, ey, das ist auch jemanden, man, das war der falsche Dialekt, das ist zurecht, weil das Spiel ist, wie da absolut die Messe ist hier, Messe? Die Messe, Junge, Köln-Messe-Deutsch, sag mal, gibst du jetzt mal da vorne ein bisschen Gas, oder nicht, oder vielleicht doch, ja, danke, fahrt ihr jetzt Vollgas? Ja, nee, ich fahr immer noch nicht Vollgas, das ist die letzte Kurve, Alter, wir haben mal ein paar zwei Aufwärmrunden, da wird man sich nicht warm-up, Alter, ich gebe dir gleich immer zwei Aufwärmrunden, warm-up, ja, ich gebe auch gleich warm-up, Alter, W-O-M-M-U-B, W-O-M-U-B, 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 W Ich bin eh in einer... Ich erinnere mich noch an letztes Jahr hier, das war sehr lustig. Da bin ich rausgeflogen. Das war nicht lustig. Aber der Kommentar danach von Andi, der hat zum ersten Mal gesehen, dass man beim Kommentar zweimal auf mehr Anzeigen klicken kann. Hat den endlich noch, den würde ich mir gerne mal wieder durchlesen. Ich habe den glaube ich auch noch als Screenshot. Das war eine lange Diskussion. Andi, du hast es einfach zugeben müssen, dass du mich rausgehauen hast. Hat er doch dann. Hat er das? Ich dachte bis heute stünde... Hat er das? ...seine Meinung... Das ist alles aus der Emotion raus passiert. ...dass ich schuld war. Ich habe in dem Kommentar zugegeben, dass ich für den direkten Unfall schuld war. Aber... Ich bin trotzdem scheiße. ...formuliert hatte, aber da gab es irgendwie einen indirekten Einfluss durch dich. Irgendwas... Nee. Es gab absolut gar keinen Einfluss durch mich, du hast mich einfach weggeknallt. Alter, richtiger Homos. Weggeknallt, Alter. Ich wusste, dass es dazu irgendeinen so dummen Kommentar gibt. Herzlichen Glückwunsch, Bissl. Äh, ne. Iden. Ja, Bissl. Was? Bissl hat auch einen Kommentar gebracht. Ja, habt ihr beide. Was? Hab ich? Und einer davon ist auch noch mein Teamkollege. Richtig ätzend. Hä, was ist denn los mit dir? Fahr mir mal raus, die italienische Freunde. Der sieht nicht sehr italienisch aus. Könnte daran dienen, dass es keine Italiener sind. Aber der sah eher aus wie der Weichwurst. 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 Mit süßem Senf. Erstmal durch die Tiefgarage fahren. Ach Gott, ich muss selber durch die Tiefgarage fahren. Äh, Gott im Himmel. Was hast du erwartet bei... Wunderweise wurde ich bis hierhin rausgefahren. Hab Abu Dhabi noch kein einziges Mal in diesem Spiel gespielt. Ich auch nicht. Scheiße, ich bin zweimal fett übern Kerb gefahren. Stell auf Mager. Gott, ey. Wie war das mit den dummen Kommentaren? Was? Dumme Kommentare von mir? Nein. Es gibt keine dummen Kommentare. Es gibt nur dumme Antworten. Und Mollen. Ich will dir noch den allerersten dummen Kommentar von der Season. Von mir. Ich kann mich zwar nicht mehr an den Spruch erinnern, aber von wem er kommt, er überrascht mich jetzt nicht. Egal wie nass du bist, Philippe ist nasser. Ach ja, stimmt. Hab ich dich direkt in die richtige Schublade geschmissen. Das will mal weh. Weil weh für wirklich schlecht. Deswegen ist die Typenbezeichnung von Mercedes weh. Ich dachte immer, er steht für würzig. Eine würzige Mühle. Nee, essig. Die muss die Kurve in Brasilien ausfahren. Der ist eigentlich hinter mir gerade. Hi. Der auf ne schnellen Runde? Nein. Nein. Wann ist Christoph schon mal auf ne schnellen Runde? Ich krieg dich noch. Also Rico, nicht dich, Merlin. Was soll ich grad sagen? Ich hab dir nix getan. Für mich noch. Du bist doch schon längst vor mir. Nein. Ich bin Platz 5. Du bist Platz 4. Achso, da ist... Ilu, du hast grad Spaß, oder? Ja. Ja. Du fährst ja ne schnelle Runde. Ich? Nö, nö. Oh. Das war, ähm, dezent knapp. Ich weiß. Ilu mag's halt knapp. Ah, knapp ich. Wie weit bist du denn hinter mir, Christoph, mal so gefragt? Wollt. Ich hab... Ich wollte den jetzt auch bringen, Merlin, aber ich hab gedacht, die heißt Sandra. Sandra. War das nicht Sarah Dingens? Sechshundertstel. Ne, sechstehntel. Dingens? Ja, der wird ja immer Sarah Dingens genannt. Wer steht denn da vor mir? Ich bin auf ne schnellen Runde. Ah, ist der Tastaturcrash, ey. Der Tastaturcrash. Nach mir vorbei, mein Freund. Ah, verbremst. Scheißen Dreck. Verbremst. Hier war er mich ruhig kühlt. Fuck, ich hab im letzten Sektor so viel Zeit verloren. Oh. Ist da Rico, darf ich jetzt warten? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hä? Fährst du noch ne schnelle Runde, Rico? Oh, Rico fährt noch ne schnelle Runde, dann muss ich aus dem Weg. Ne, fährt er nicht. Ja, Rico, jetzt wirklich ne schnelle Runde? Nein. Mann. Wo muss ich denn warten? Ach, da ist er! Hallo? Also, ich weiss nicht wo ich jetzt hier warten musste. Ja, ich hab gedacht, du wärs schneller. Ich hab nur noch 10km gefahren. Wow. Wo muss ich denn jetzt hier warten? So, jetzt fahren wir noch mal mit Ultrasoft. Was? Nein. Ich weiß nicht. Ich bin bisher nur mit SS-Reifen. Also, Jeff hat mir gerade irgendwas gesagt. Aber ich habe... Das war sehr, sehr kurz und ich habe nur verstanden. Ich bin ja in dem Startmenü. Du kannst sagen, Ingenieur wiederholen. Und dann sagt das nochmal. Oh, ich habe die Kamera verstellt. Ingenieur wiederholen. Er zeigt mir an, dass er es verstanden hat, aber er sagt nichts. Ja, ich glaube, der hat irgendwie gesagt, mir ist ein Arm abgefallen. Aber ich glaube, der ist nicht richtig. Mir ist ein Arm abgefallen. Oh nein. Wer kommt denn da? Ein wunderschöner Gott. Oh Gott. Oh Mann. Ich hasse dich. Ich sehe, Ilu ist auch auf einer schnellen Runde. Sehr, sehr schnellen Runde. Das ist heiß. Holy shit. Ich habe mich gerade verbremst bei der Schikane. Ich habe mich gerade so lange gesehen, wenn das so schnell ist. Jetzt raus, verschleunigen. Ich habe mich gerade so lange gesehen, wenn das so schnell ist, wenn das so schnell ist. Oh Alter, ich bin Schatten. Fick dich. Was auch, dass du keine Stoffeln blockieren bekommst. Egal, ich habe DHS gleich. Ja, warte, ich bin auch gleich da. Alles klar. DHS, alles klar. DHS, kommt gleich vorbei, holt das Päckchen an. Oh. Diese Päckchen. Nein. Warum bin ich denn jetzt neun? Wer fangst denn da jetzt ab? Alter, Kiot und... Ich fand so scheiße meine Runde fang ich gar nicht. Kiot und Wehrlein sind jetzt absolut langsam. Mit eurem absolut. 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 Hab ich dir zu viel mit Lu gesprochen oder was? Nee, zu viel Day-Siegespiel. Ja, nee. Ich will kein Day-Sie-Mann. Nee, nee. Ja, dann halt H1-Set. Ich auch nicht mehr. Lilo, war die Runde verfehlerfrei? Dann halt Conan. Ja, so semi, also ein bisschen geht noch. War semi-fehlerfrei. Ja, ein bisschen geht noch. Ja, steck erstmal die Kackreifen an, ey. Boah, der sieht auch so aus, hätte er seit zwei Tagen nichts zu essen bekommen. Ist hier denn eigentlich Dortmund-Fans? Hi. Ja, du musst dir mal erzählen, was ich gerade gegessen hab, ja? Ich hab mir vor 6, 7 Jahren, hab ich mir einen Sandwich-Maker, einen Sandwich-Maker geholt. Und den hab ich gerade ausgepackt. Karten mal, was da drauf war. Wo ist der da drauf? Also nicht auf dem Sandwich, sondern was da eingebrannt war. Dortmund-Fans. Nee. Schalke-Logo. Ja. Oh, geil. Wie geht's? Wie geht's? Ey, du hast noch nichts mit Fußball am Hut? Warum hast du so? Ja, vor 6, 7 Jahren hatte ich das noch. Achso. Warst du Schalke-Fan? Ja. Nice. Boah. Ich hab sogar noch ein Trikot hier von Raoul. Ein Trikot von Bordeaux ist noch ein bisschen... Raoul. Raoul Richter? Raoul. Raoul. Raoul Richter. Raoul Richter. Ach, das stimmt wohl. Denk dran, ich fliege hier raus. Nicht Richter Alexander-Holt. Nein, Paul Richter. Paul Richter ist tausend mal besser als Richter Alexander-Holt. Ja. Der wollte für den Bundespräsidenten kandidieren. Paul Richter oder Richter Alexander-Holt? Der holt nicht nur, er hat das. Der holt, er hat das, ja. Jetzt, einmal ist der Absolut-Biener. Nö. Warum denn nicht? Bundespräsident ist ja... Ja, was? Er will die elementlich? Ja. Der überreicht schon. Was, russisch? Russisch, schiesig ist. Russische Schischhände. Schöntor. Schöntor. Man muss doch, glaube ich, mindestens 50 sein, ne? Echt? Weiß ja nicht. Ich bin gerade gesprungen mit meinem Dings. Und ich bin gerade gesprungen mit meinem Dings. Und ich bin schon wieder gesprungen, holy shit. Okay, schon vorhin. Ich glaube, die 6.9 hole ich dann nirgendwo mehr raus. Nein, 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 nein. Ohne, ich habe er so frisch. Alter, ich drift, ich weiß auch, doch. Hey. 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 Toll, no. Doh, doh, doh ist outen. Hat man nie in meinem Leben. Alter. Ich habe jetzt noch träume davon, wie ich in einem Auto sitze und auf einmal so ein schwarzer hinter mir sitzt. Doh ist outen. Ja. Doh ist outen. Das ist, na, 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 na. Da sagt er doch immer 8 Minuten nichts. Und irgendwann aus dem Licht ein bisschen so ein dummer Spruch, ne? Wie oft ich einfach schon mit dir durch die Gegend gefahren bin und nach 5 Minuten kam, fahre ich lang. Auf Vorbereitungen vorne. Christoph, bist du ja immer noch nicht vor mir. Was ist denn da los? Ja, ich weiß nicht. Der kriegt dich noch. Menni, wo bist du denn? Ich bin auf Platz 9, glaube ich. Manni, wo bist du denn? Manni, 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 Manni. Ich bin auf Platz 13. Andi ist auf 9, warum sind wir denn so scheiße hier? Ich war mal im Eier und im Faden, aber ich habe im letzten Sektor so viel verloren, leider. Okay, Andi ist 5. Hat er die beste Zeit im ersten Sektor geschickt? Riebend. Rico hat die beste Zeit im zweiten Sektor. Naja, GZ, Basti. So ein Dreitausendstel. So ein bisschen. Das ist bitter. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Du packst nicht mehr. Ich... Ne. Alter, ich bin nur noch am Springen. Mein Auto... Ne. Ne. Ja, die Randsteine sind echt scheiße. Ja, ne? Also Randstein ist kein guter Rammstein. Also wer für die hier verantwortlich ist, der... Der hat gesteinigt. Erstmal hingerichtet, ey. Ja, der gehört hier echt gesteinigt. Da sind wir überhaupt nicht in Ordnung. Super. Das war die schnellste Runde. Gut gemacht. Kann das mal die Plätze fahren? Kann das mir jemand mal bestätigen, bitte? 1,41, 0. Stimmt, Basti ist ja auch noch da. Ja. Man gewöhnt sich irgendwann entscheiden. Wie so ein Vogel im Hintergrund. Hallo, Rico. Überhol den Mario. Das war halt so weit mit den unteren Softs gefahren. Ja, ne. Das mach ich nicht. Und sie guckt manchmal voll in die Kamera. Anstatt sich auf die Strecke zu konzentrieren. I've been looking for a friend. Ach, das war an die ich jetzt gedacht hab. Ah. Hat er dir die Runde versaut, oder was? Nee, ich hab wegen deinem Singen gestöhnt. Ach so. Alter. Ach so, oder? Magst du etwa keine Freiheit? Ich muss nicht nach der Freiheit. Nein, wir mögen aber keine Freiheit. Diese Freiheit mag ich nicht. Aber Rico mag nicht diese Freiheit. Ich wünsche mir Freiheit. Oh, das war knapp, Antti. Er wird hier fast hinten drauf gefahren. Ich wäre fast 1.40 geworden, wenn ich nicht 2-3 Mal über den Mannschlag geflogen wäre. Ja, doofer Rammstein. Antti fällt so wie Sepp in seinen ersten Tagen, ja. Das sieht dabei auch so aus. Ja, das mein ich. Das hat mich in einem... Jetzt der das hockt. Nee, in einem viel schöneren Wagen. Ich darf noch ne Runde. Hm. 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 Ich nicht. Ich bin durch. Richtig. Boah, der Basti hat voll den komischen Helm. Das heißt, ich hab die Strecke ganz ziemlich alleine. Ja, starte ich zumindest mit Supersofts. Boah, Basti, meinst du nicht auch? Wär jetzt schon geil, wenn du noch ne 5-Platte-Straße kassierst. Ja, aber 5-Platte-Straße. Ja, die gibt's bei Monopoly jetzt neu. Boah, die hab ich immer Poker, ey. Naja, weil ich direkt da musste drauf gehen, Junge. All in house. Ey, Merlin. Ja? Läuft ja nicht gerade bei Nürnberg, oder? Was? Du scheiße. Ah, verliert Nürnberg gerade. Die haben verloren gegen 1860. Oh du scheiße. 0 zu 2. Aha. So abkürzen wir dich auch gern mal. Ich feier keine Runde, das ist egal. Keine Runde. Ich bin ne halbe Sekunde schneller gerade. Jetzt so, 5-Plätze-Strafe. Oder disqualifiziert vom Rennen. Und jetzt ab in die Box. Oder rechts. Ich seh grad gar nix. Was willst du von mir? Ja, ich dachte, vielleicht wirst du das. Mein Schleim ist umgekippt. Ein was? Was ist dein Schleim? Mit dem ich grad die ganze Zeit spiele. Hä? Schleim! Es gibt doch diese Schleim in diesen kleinen Fässern. Du, du spielst Schleim. Du machst dich mehr als in einem Apfel. Auf jeden Fall. Die kann man sich nicht abfüllen. Die sind fest und flüssig. Da vorne. Das Schild meine ich Rico. Fest und flüssig in einem. Ja, kennst du nicht die Schleim? Wahrscheinlich hast du das jetzt nicht gesehen. Ich konzentriere mich an die. Ja, sorry. Ja, Rico jetzt nicht rechts. Oh, das war schlecht. Der hat auch mein Teamkollegen jetzt hier zum verunsichern Maul halten jetzt. Ich hab 8 Hundertstel, ja, ne 7 Hundertstel. Du hast mich noch vom dritten gekickt. Na, ist okay. Ist okay. Der hat auch mein Teamkollegen kaputt zu machen. Der hat mich noch vom dritten gekickt. Darf ich jetzt schlechtere Reifen als die Runde länger draußen war. Ja. Ich starte von dem, wovon ich will. Ich bin nämlich 13. Und auch Ultrasofts, natürlich. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim Qualifying. Morgen geht's weiter mit dem Rennen. Das sehr spannende Rennen. Sehr spannendes Rennen. Ja. Christoph wird leider Gottes seinen vierten Platz verlieren. Schade, schade Schokolade. Ja. Ja, glaub ich nicht. Doch. Was ist das denn für eine Einstellung, Andi? Andi muss neun Punkte vor mir sein. Tschüss. Bis morgen. Ja, dafür kann ich sorgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.